Hallo und willkommen zu einem kleinen neuen Video Tutorial. Heute mal eine Herausforderung, die mich auf Twitter altert, also eigentlich war es gar keine angedachte Herausforderung, aber der Rainer Klute aus Hamburg hatte da was gepostet aus einem Schulbuch seines Sohnes und er hat sich gefragt, wie macht man das denn in Design? Und solche Fragen stelle ich mir auch ganz oft und deswegen will ich dem Rainer mal eine kleine Videoantwort geben von einer möglichen Umsetzung, wie ich das vielleicht machen würde. Hier mal gleich vorab das Beispiel, also um diese Geschichte geht es letztendlich und zwar geht es hier um diese Überschriften, die hier abgebildet sind. Die gibt es mal, wie man hier unten sehen kann, zweispaltig, hier oben mal einspaltig. Sie haben jetzt hier einen schraffierten Hintergrund mit zwei verschiedenen Buchstaben drauf, einer Ziffer drauf, danach kommt die Überschrift und hier gibt es noch eine schöne Linie oben drüber. So die Idee, die immer dahinter steht, die ich mir immer stelle, ist es muss möglichst einfach funktionieren, also man soll da keine großen Zaubertricks anwenden und das Ganze muss auch noch so funktionieren, dass man eben nicht mit 80 Textrahmen da durch die Gegend rennt, denn häufig will man sowas ja beispielsweise in ein Inhaltsverzeichnis packen, in den Index packen oder ähnliches. Das heißt, ganz oft ist es eben auch keine Option, da irgendwie fünf verschiedene Textboxen reinzupacken, denn diese fünf verschiedenen Textboxen, da hätte ich eben auch fünf Einträge zum Beispiel in dem Inhaltsverzeichnis. Das soweit erstmal das Szenario und ich würde mich jetzt mal an die Umsetzung machen. Ich habe das Ganze hier einfach mal auf eine Seite gepackt. Ein paar Sachen habe ich schon vorbereitet, das zeige ich dir auch gleich noch, wie es geht. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe mir natürlich ein Absatzformat angelegt, das ist das hier und das Ganze, weil ich eben ein und zwei Spalten brauche, gibt es das auch zweimal und zwar, man sieht es auch hier, ich habe jetzt hier jeweils einen Textrahmen, das heißt, hier habe ich einen normalen Textfluss und hier oben habe ich dasselbe nochmal angelegt mit einer Spaltenspanne, so dass sich das eben über beide Spalten erstreckt. So, das ist erstmal das Grundsätzliche, dann habe ich auch schon mal ein bisschen was vorgelegt und zwar hier diese Ziffern beispielsweise und die Buchstaben, die da vorstehen, die hatten eben einen kleinen Versatz und die haben auch andere Schriftarten und andere Schriftgrößen, sprich, dafür habe ich zwei Zeichenformate angelegt und damit man es eben auch nicht manuell anwenden muss, ist in dem Hauptformat hier auch schon entsprechend was eingestellt, nämlich ein verschaffeltes Format, das heißt, das erste Zeichen sozusagen, das ist dieses M hier in meinem Fall, das bekommt eben das Zeichenformat M, was es eben ein bisschen höher stellt und ich glaube, Myriad Regular macht und das zweite, die Zahl wird eben fett ein bisschen größer, man sieht es halt an der Stelle. Sonst, das Format an sich ist auch so eingerichtet, dass es eben so ein paar Einstellungen hat, sowas wie ein Abstand nach beispielsweise, auch so ein bisschen Einzug links und rechts kann man hier erkennen, damit es eben nicht ganz an der Kante sitzt und dass hier trotzdem ab hier eben alles bündig ist. Das sind so Sachen, die eben eingestellt sind. Jetzt robben wir uns mal so ein bisschen vor, was man alles tun kann, damit es eben so wird, wie wir es hier auf der Seite gesehen haben. Und wir fangen mal mit dem simpelsten an, und zwar der Linie da drüber. Logischerweise könnten wir jetzt das Linienwerkzeug benutzen, aber das ist natürlich so eine Geschichte, Linienwerkzeug heißt immer manuell in die Linien eingreifen, sprich, an der Stelle habe ich es mal relativ einfach, ich habe es schon mal auch ausgemessen vorbereitet. Das, was ich jetzt brauche, ist sozusagen eine Linie da drüber, das geht mit der Absatzlinie beispielsweise oder eben schon seit verschiedenen Versionen kann man halt auch die Absatzkonturen benutzen oder Absatzrahmen, wie es ja auch heißt. Das erste, was ich also gemacht habe, ich habe mir eine entsprechende eigene Konstrukturenstil angelegt, weil die offiziellen, die passen nicht ganz. Das heißt, hier mein Header, bin ich mal reingegangen, habe ein kleineres Muster angelegt und eben so eine Strichstärke definiert. Das könnte man sich noch entsprechend ein bisschen schön einstellen. Das heißt, das werde ich gleich benutzen, um eben das, was hier oben drin ist, auch entsprechend darzustellen. Das zweite ist, ich habe natürlich auch ein Farbfeld angelegt, das zeige ich jetzt mal nicht. Ich denke, wir wissen alle, wie man Farbfelder anlegt. Und jetzt gehe ich einfach mal rein und aktiviere jetzt in dem Fall mal den Absatzrahmen. Und hier habe ich die Werte alle schon mal voreingestellt. Wir können uns das im Hintergrund mal anschauen. Hier sehen wir, überall kommt halt mit der entsprechenden Färbung, der entsprechenden Größe, dem entsprechenden Offset, kommt das eben entsprechend alles rein. Und wie wir auch sehen können ist, das Ganze funktioniert eben auch sowohl für zweispaltig als auch für einspaltig. Das heißt, die Sache ist relativ simpel zu lösen. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger, denn jetzt kommen wir hier zu diesem schönen Muster. Dieses schöne Muster soll eben dargestellt werden. Und wie gesagt, der Ansatz wäre jetzt möglichst automatisiert, das Ganze zu machen. Idee Nummer 1, wir nehmen jetzt hier, ich habe das einfach mal aus InDesign-Flächen aufgebaut, wir nehmen einfach diese entsprechenden Muster, bauen uns die zurecht. Ich habe es jetzt immer nicht perfekt gemacht. Schieben die an die richtige Stelle, müssen dann so ein bisschen gucken, dass die Höhe passt. In meinem Fall reicht nicht ganz von der Breite, aber das könnte man sich ausmessen. Jetzt sieht man auch schon, ich bin jetzt im Hintergrund, deswegen liegt die Linie drüber. Das wäre so ein bisschen doof. Man könnte das jetzt auch natürlich nach vorne setzen, also ganz normal über die Anordnen-Funktionen beispielsweise, dann liegt es natürlich alles drüber. Das Ganze kriegt man also so in dem Kontext mit der Linie schon mal gar nicht hin. Aber das viel größere Problem ist, ich muss das ja jedes Mal da manuell hinschieben, das möchte ich nicht. Das heißt, die einzige Option, die ich jetzt habe, ist das Objekt zu verankern. Das heißt, hierfür gibt es diese kleine Ankermarke, ich kann die beispielsweise hier vorne hinsetzen. Dumme Geschichte, jetzt ist der Text weg. Jetzt überdeckt nämlich dieses verankerte Objekt den Text. Das wollen wir auch nicht. Was wir noch probieren können, ist, das hier nach hinten setzen. Auch das geht nicht. Sprich, es gibt Möglichkeiten, das auch so zu lösen, dass das passt mit ein paar Zusatzeinstellungen. Aber es ist wirklich sehr aufwendig. Und das Hauptproblem, was ich jetzt eben auch habe, ist, wenn ich das mal irgendwo hin verankere, sieht man es auch ganz gut. Sobald ich jetzt hier zum Beispiel diese Headline editiere, ist das Ganze eben einfach weg. Das heißt, an der Stelle würde ich mal sagen, nee, keine gute Option. Das heißt, wir brauchen eine zweite Option. Irgendwie müssen wir ein Muster hinkriegen. Das Muster muss mit dem Text zusammenspielen. Für Muster an sich gibt es jetzt hier keinen Generator oder sowas. Also in Illustrator beispielsweise hätte er einen Mustergenerator. Das, was ich immer benutze, um Muster zu generieren, das sind die Farbfilter. Und zwar, ich habe es hier schon einmal vorbereitet, man kann Verläufe anlegen. Und zwar Verläufe so, dass sie aussehen wie Muster. Dazu gehe ich einfach mal hier in mein entsprechendes Muster rein, was ich schon vorbereitet habe. Und hier ist es letztendlich so, ich habe mir zwei Farbfelder angelegt. Eben ein helleres Rot und ein dunkleres Rot. Und die packe ich hier im Wechsel rein. Man kann es hier schon so ein bisschen sehen. Ich zeige es jetzt mal für den nächsten. Ich habe es jetzt aus V-Light noch nicht ganz aufbereitet. Das heißt, ich würde jetzt die nächste Positionsmarke bei 70 setzen. Das heißt, ich wähle mir hier mein Farbfeld aus. In meinem Fall das dunkle, setze es genau auf 70. Ja, sieht man noch gar nichts. Aber jetzt kommt der Gag. Jetzt setze ich auch wieder auf 70, nämlich das andere Farbfeld. Und zwar das hellere, das hier oben. Und jetzt sieht man schon, ab jetzt kriegt man eben genau dieses Muster hin. Das heißt, wenn man ein bisschen fleißig ist, kann man genau dieses Muster aufbereiten. Das würde jetzt eben, weil ich immer in 10er Schritten vorgegangen bin, wirklich in Zehntel Teilen sein. Das heißt, bei einer 10 mm breiten Fläche werden das jetzt über einen Millimeterstreifen. Kann man sich jetzt für unser Muster einmal ausmessen. Ich habe es nicht ausgezählt. Aber ich denke, wir wissen alle, woran wir sind an der Stelle. Gut, Muster ist also da. Jetzt müssen wir das Muster da noch irgendwie reinkriegen an der Stelle. Und auch das habe ich schon mal vorbereitet, damit wir uns nicht gleich totmachen mit allem ausmessen und ähnlich mehr. Das kostet ein bisschen Zeit. Und zwar habe ich hier jetzt mir überlegt, was könnte ich denn tun? Ich könnte jetzt hergehen, ich könnte die Absatzschattierung benutzen. Das wäre eine problematische Geschichte, weil hier habe ich was zweizeiliges beispielsweise. Und weiter oben ist es einzeilig. Es kann auch dreizeilig sein. Absatzschattierung läuft halt immer per se in Abhängigkeit vom ganzen Absatz. Deswegen bin ich hier nicht dynamisch genug, weil ich möchte ja nur den ersten Eintrag. Ergo, ich habe mich auch hier entschieden, an der Stelle die Absatzlinie zu nehmen. Und die Absatzlinie wurde ja noch nicht benutzt. Ich habe ja für das andere die entsprechende Absatzrahmenfunktion benutzt. Die habe ich jetzt schon mal voreingestellt. Und ich zeige mal, wie das ausschauen würde. Ich habe es jetzt ein bisschen grob hingesetzt. Man denke, ich sehe, dass das ungefähr funktionieren sollte. Das heißt, ich habe jetzt Folgendes gemacht, damit man es einmal sieht. Ich habe die Stärke definiert. Ich habe meine Farbe ausgewählt. Ich habe einen entsprechenden Versatz eingestellt. Und einen Einzug rechts, damit das hier passt. Und jeder, der jetzt Einzug rechts hört, der weiß jetzt, was unser Problem ist. Problem gleich sein wird. Denn ich gehe jetzt mal einmal in die Ganzheitenansicht. Das Ganze funktioniert natürlich nur, weil es in Abhängigkeit von der Breite des Absatzes ist, für meine zweispaltigen Dinge. Fürs Einspaltige hier oben, sieht man es mal schön gestretched, geht das entsprechend nicht. So, was ich jetzt gemacht habe, das ist so ein bisschen der Trick dabei. Ich habe ein zweites Format. Die basieren aufeinander. Das heißt, hier kann man auch nachschauen. Basiert auf H1. Also alles, was ich dem Format ändere, wird dann vererbt. Jetzt würde ich eben eine entsprechende Aufweichung machen. Das heißt, jetzt würde ich im Herzen sagen, nicht 75, sondern mir halt irgendwie den halbwegs passablen Wert raussuchen. Dann hätte ich jetzt nach einmaliger Einrichtung immerhin die Möglichkeit, das für beide entsprechend effektiv zu benutzen. Auch wenn es natürlich immer schwierig ist, trotzdem noch selektiv das richtige Format nehmen zu müssen. Aber, wie gesagt, eine andere Möglichkeit habe ich jetzt hier nicht gefunden, das Ganze so einheitlich zu machen, dass es immer funktioniert. Das Letzte, was man so ein bisschen tun kann, das war so ein bisschen Feintuning, was ich denn gemacht habe. Beispielsweise hier die Farbe ändern und man könnte es jetzt alles auch ein bisschen einfacher und feiner austarieren. Aber sonst, ich habe es jetzt auch nicht maßgeblich sauer gemacht, man kann es hier vielleicht auch so ein bisschen sehen, die Höhe ist nicht ganz perfekt. Müsste man noch ein bisschen rechnen. Aber sonst, im Prinzip funktioniert es schon ganz gut. Und ich bin jetzt in der Lage, auch zum Beispiel mit diesen Einträgen könnte ich ein Inhaltsverzeichnis generieren. Das wäre gar kein Problem. Würde ich nicht schaffen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hergehen würde und sage, M2 ist zum Beispiel ein eigener Textrahmen, dann hätte ich das nicht. Wenn ich natürlich die Anforderung hätte, M2 soll zum Beispiel nicht ins Inhaltsverzeichnis, dann würde ich die Sache wahrscheinlich wieder anders aufbauen. Aber ich wollte euch mal eine Möglichkeit zeigen, wie man das so möglichst elegant unter eine Haube bekommt. Ja, das war jetzt so meine Idee und meine Lösung dafür. Vielleicht kennt ihr eine andere oder eine bessere, denn gerne ein Feedback dazu als Kommentar, gerne auch als Video natürlich oder was auch immer euch sonst so einfällt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zuhören und Zuhören und Zuhören.